Ihr habt euch schon so lange, wie lange habt ihr euch jetzt nicht mehr gesehen? Bisschen mal? Alles super. Toter Typ. Ja, Bro, was soll ich sagen? Sagst du mir 12 Uhr? Ja, warte. Ja, wir sind auch erst dein Zimmer, danke. Ich habe mir noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Wir machen heute Fotoshooting für unser Keyboard. Da geht's so ein Bootcamp und da machen wir jetzt Fotoshooting. Und wir werden so ein Day in the Life-mäßig machen. Korrekt, boys. Hey, Bro, wie spät sind wir? Sag. Eine Stunde fünf sind zu spät. Geil, Digga. Wie spät wäre er mal jetzt aber normalerweise? Vielleicht zwei Stunden. Perfekt. Hier, Setup. Da werden wir beide so zocken-mäßig. Irgendwann so crazy aussehen. Alles dunkel und nur wieder. Geil. So gut cranken. Das geht auch noch mit diesem Keyboard, Leute. Seht euch das an. Oh ja. Oh ja. Und wir haben natürlich mit am Set. Hier wird das Licht gehalten. Gut so, oder? Ist gut so? Ja, so ist es gut, Bro. So ist es gut? So ist es gut. Warte. So ist es geil? Ja, mach bitte noch mehr. Okay, warte. Warte. Ja, nice. So ist es gut. So ist es gut, Bro. Ich will sagen, ich bin nachholer. Seid ihr da? Während dem Dreh nochmal kurze Lieferhandlung, was hier so geht. Was hast du sogar zu Bock? Sushi. Kleine Pizza jetzt davor nochmal. Mmmh. Burger. Oh, warte mal. Kann man hier durchzwischen? Wir sind ja immer noch am Dreh, Loki, schon so vier Stunden hinter, aber sowas dauert. Sowas dauert und ihr werdet sehen, das wird alles sehr, sehr ehrlich. Zwei Lichter bei uns, also werden wir jetzt so ein Porno oder so drehen. Wann kommt Mia eigentlich? Jetzt gleich. Gleich geht's los. Der Porno wird ein... Lock in, Bro, lock in, Bro, lock in. Oh, jetzt kommt. Pff, warum lachst du? Deswegen haben wir heute Abendstief aus einem hohen Baumwollanteil gemacht, der sich nicht abnutzt und overall auch für einen besseren Gleitort. Alles dazu findet ihr einfach, wenn ihr jetzt unterstellt. Geil. Das war richtig. Ja. Das war OG. Kei-Shin. Oh mein Gott, Reasons, Freunde. Mia ist auch da. Wie geht's? Ihr habt euch schon so lange... Wie lange habt ihr euch jetzt nicht mehr gesehen? Küsst euch mal. Ja, Pumdel. Ja. Wie lange habt ihr euch schon nicht mehr gesehen? Einen Monat? Nein, mehr. Anderthalb. Dann würdest du sagen, Fortnite OG war dir wichtiger als Mia? Oh, Mia testet jetzt das Riesen-X-X-Keyboard. Oh, okay, okay, okay. Ja, das wird sich cool an. Die Qualität für dich ist ja gut. Nein, nein, die Qualität ist wirklich cool. Es ist schwer, aber für Trifo fertig. Okay, aber nein, drück nochmal, drück nochmal und sag so, Alter, das ist ja richtig schnell. Alter, das war richtig schnell. Ja. Ich bin ja am Arbeiten nur an Fotos und die lecken dann alle rum. Also das ist wirklich... Das stört mich richtig beim Arbeiten. Hallo, ich muss mich auch konzentrieren da hinten, okay? Okay, das... Ja. Wie schlägt sich dein Freund? Ich gucke dir noch ein bisschen los. Du machst deinem Freund aus. Nein. Noch lange aus kurz, Mann. Bist du müde sagen, du bist nicht so eine? Nee. Bin ich nicht. Leute, wir sind jetzt durch. Wie man in der Filmbranche sagt, it's a rap. Hallo. Und ich bin jetzt im Hotel. Da hast du sogar Mia Hallo sagt mir das. Riesen ist natürlich gleich erstmal in mein Klo gestürmt und geht da jetzt rein. Scheißen. Wie läuft's, Bro? Warte. Wääh. Mia sei ehrlich, ich bin so im Club und ich nehme so eine Baddie mit. Was würde sich so eine Baddie jetzt denken von diesem Zimmer? Ja, nicht so viel, glaube ich. Würdest du sagen, totes Zimmer für eine Baddie so? Ja, ich bin schon mal gegangen. Die beiden sind wirklich eins davor, vor weirden Sachen zu machen in der irgendein Zeit. Du bist Gott auf. Gott auf. Also die haben sich so jetzt einen Monat nicht gesehen und der Typ ist wirklich... What the fuck? Jetzt mit dem Ehepaar was essen. Drittes Rad am, wie heißt das? Wagen. Was ist mit dir, Digga? Beruhig dich mal ein bisschen. Ich weiß, so mirweit so eineinhalb Monate, den ich da habe, also... Ich freue mich, dass du mit dir jetzt. Ich freue mich schon, mit dir zu kuscheln. Weißt du dich auch schon auf Kuscheln? Ja. Sushi-Low. Die schwören, geisteskranker Laden. Ich bin jetzt nicht so der Sushi-Fan, aber sehr lecker. Habt ihr da auch schon öfter so Dates gehabt? Ja. Ja. Allererste, klar. Ja. Okay, okay. Und seitdem läuft es immer noch. Also muss gut sein. Ich nehme das Curry, Curry-Gar, und ich glaube, es wird der Ginger-Mint. Limetten, Ginger Ale, Minze, brauner Zucker im Crushed Ice. Trust me, nimm den Lichy Special. Okay, ich koste ihn bei dir, wenn er kostet, nehm ich noch. Magst du Lichy? Ich habe Lichy, glaube ich, noch nie getrunken. Kannst du an meine Lichy probieren. Bring mir den Lichy. Ginger-Mint? Probiert erst mal meinen Lichy. Ich schwör auf diesen Lichy-Saft, was auch immer das ist. Okay, ist gut. Okay, Ginger-Mint? Ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut, ist auch gut. Ja, Ginger, äh, Mint? Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Bisschen Moskau-Mule-Vibes. Mmh. Mmh. Alter, ein bisschen crispy Chicken. Salat, ja. Schadet ihr eh nicht, Meister? Wie so Süppchen. Mmh. Chicken-Tasters oben mit ein bisschen Mayo. Mmh. Ein kleiner Spice-Valorino. Nein, du machst mir den Geschmack von Salat kaputt. Das Chicken war geil und jetzt kommt noch mal das Curry-Chicken. Auch noch mal. Da weißt du nicht, wie ist das? Da bin ich nicht mal ein Curry-Chicken. Sehr viel Gemüse. Das sieht nicht schlecht aus. Aber ich muss sagen, ich habe sogar 70% aufgegessen. Das sieht nur nicht so aus. Wie war euer Ding? Sehr gut. Und mir? Schmeckt's? Ja. Gebe ich, also ich bin, würde ich sagen, schon ein guter Curry-Experte. Gebe ich eine 7,5. Okay. Nimmst du an? Nimmst du an? Für dein... Okay, okay, okay. Nimmst du an? Frau Markenbotschafterin. Ich mag mich an. Also der Typ sagt, kannst du bitte das Uber-Heinwitz bestellen? Weißt du nicht, wie viel er verdient gerade im Monat so, mir? Und er bettelt so wenig an 20 Euro Uber so. Keine. So, Freunde, wir wollen jetzt essen. War geil. Lenny hat gezahlt. Danke, Mann. Wie viel hat es gekostet, sag mal? 90 Euro. Alter, wie wenig. Das ist echt wenig. Nein, it's no cap. Für drei Leute, das war gut. Ja, wir sind saatt. Wir sind zufrieden, wir sind saatt. Da müssen die Kommentare für Lenny. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da auf diesem Kanal. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst die 10k halten mit dem Vlog. Wir machen gerade pro Vlog irgendwie ein paar tausend Abos. Das ist ja krass. Und sag noch ein letztes Wort mir. Tschüss. Daddy.